Karol, was machen Sachen? Ich bin drin. Herzlichen Glückwunsch. Clemens aka Dirty Slick, der ist auch dabei. Ah jo. Und ich bin natürlich auch dabei und wir wollen heute mehr Forellen wegballern und zwar so richtig. Ey, du bist wieder so optimistisch. Du bist wieder so optimistisch. Aber wir haben echt lange Zeit, das ist das einzig Gute. Also was heißt das einzig Gute? Wir haben auch gute Bedingungen. Das ist das nächste Gute. Das ist ein bisschen wenig Wind, ne? Könnte ein Ticken mehr sein, aber das ist wirklich alles 100% perfekt. Das hast du nur mal selten. Und wir haben jetzt die ganze Zeit hier aufs Lippen gewartet. Vor uns waren drei Boote. Kleinen Schnuff zu spät da gewesen, würde ich sagen. Und wer war zu spät? Nichtsdestotrotz haben wir neulich schon gut gefangen und würden das heute gerne wiederholen. Und wir sind mit dem Boot unterwegs, fahren mit dem Boot jetzt raus auf die Ostsee. Das hat neulich schon mal richtig gut funktioniert. Aber ob wir da anknüpfen können an den Erfolg? Insgesamt zehn Meerforellen an einem dreiviertel Tag, sag ich mal. Das war schon eine Hausnummer. Ob wir das heute wiederholen können? Ich glaube nicht. Die Strömung hat gedreht. Die Verhältnisse sind doch etwas anders. Vielleicht sind sie noch da, vielleicht auch nicht. Werden wir gleich sehen. Wir geben jetzt Gas. Richtig rüber. Richtig. Warum geht's nicht weiter? Der Stöpsee. Der Stöpsee. Der Klassiker. Ich hab fast die Stöpsee vergessen. Aber ich hab noch dran gedacht. Das ist einfach so ein Traum mit dem Boot und dem Trailer zu flippen. Das geht so schön einfach. Und auch raus ist einfach nur. Fertig. Und waards! Let's go Maxi! So, wir sind angekommen am Platz, Wetter ist ja wirklich, ihr seid mal leise, man hört original nichts, es ist kein Wind hier auf dem Spot, gar nichts, Alter, guck mal ins Wasser, das Wasser ist Glas, 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 ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier sind 7,6 Meter, man sieht ganz easy den Grund, wir haben hier fast so Norwegen Verhältnisse von der Sichtigkeit, also klarer geht es einfach nicht, wir werden nachher auch noch ein bisschen weiter rausfahren und gucken, ob wir irgendwo vielleicht so eine Linie finden, wo trübes Wasser auf klares Wasser trifft und eigentlich müsste man sowas auch finden, denn die letzten Tage war richtig ordentlich Wind, teilweise sogar richtig Sturm und irgendwo muss ja Kreide und so vom Wasser aufgewühlt worden sein und deswegen muss es eigentlich irgendwo diese Kante geben und das ist natürlich der absolute Super-Hotspot, aber trotzdem versuchen wir es jetzt erstmal hier, wir pirschen uns langsam mit dem Bugmotor ran, wir haben den Motor jetzt hier schon draußen ausgemacht, auf 8 Meter wie gesagt, die Fische stehen ziemlich flach und wir fahren jetzt langsam ran, ich werde mit dem Blinker starten, du startest auch mit dem Inline-Ding, ist ja kein richtiger Blinker, aber so ein Sandaal halt, das hat letztes Mal sehr gut funktioniert, allerdings muss ich sagen, mit Abstand meistens bisher hatte ich auf Hardbait beim letzten Mal, auf einen kleinen Laydown-Minnow, den kann man nur nicht so weit werfen, deswegen suchen wir erstmal Fische und wenn wir was gefunden haben, dann werde ich auf den nochmal umsteigen, ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistisch, das Wetter ist nicht so geil, zu wenig Wind, auf der Stelle hier tatsächlich nicht, sehr klares Wasser, keine Trübung, mal gucken, wie es im Uferbereich ist, aber ich würde erstmal keine zu hohen Prognosen schlagen, wir versuchen trotzdem alles, tja Leute, am Spot angekommen, gibt es direkt erstmal die ersten zwei Dämpfer direkt hintereinander, mir ist aufgefallen, dass ich die Verhandlung vom Bugmotor vergessen habe, den kann man zwar über das Echolot steuern, aber entspannter ist natürlich, wenn du es die ganze Zeit hier am Mann hast, aber zum Glück bei dem wenigen Wind brauchen wir den nicht viel, also werde ich nicht so viel steuern müssen, ich nehme den dann eher zum Ankern und mal, um so ein bisschen zu versetzen oder so und das kann man dann auch alles über das Echolot machen, aber viel schlimmer ist, dass auf dem ersten Riff, wo wir rauf wollten, ein riesen langes Netz steht vom Fischer und dann sind wir zum zweiten Riff gerade rüber gefahren, wo wir hinwollten, wo wir vor zwei Tagen auch waren und auch hier steht ein Netz. Wie viel ist das? Eineinhalb Kilometer? Ich weiß nicht, ob es durchgehend ist oder ob es zwischendurch aufhört, aber wenn ja, dann sind es bestimmt... Man kann es halt nicht angeln, das ganze Stück. Eineinhalb Kilometer, auf jeden Fall werden da natürlich alle Fische abgesammelt, die hier unterwegs sind und hier sind auch gerade so viele, so gerade, maßige, beziehungsweise so 40, 45 sind so viele unterwegs, ey, und wenn die jetzt alle da im Netz landen, ist natürlich schon wieder eine Scheiße, da brauchen wir gar nicht hin. Kotzt mich an, ey. Naja, kann man nicht ändern. Vielleicht kurz zu unserer Vorgehensweise hier heute, wir suchen uns Riffe, das heißt also so Steinfelder und auf diesen Steinfeldern da ist Tang und im Moment fressen die Meerforellen viel, eigentlich gar nicht das, was wir fischen, nämlich so Hardbaits und Blinker, sondern die fressen hauptsächlich Kleinscheiß, irgendwelche Tangläufer und sowas. Und ja, die sind deswegen halt auch gerade jetzt auf diesen Plätzen, ganz flach auch meistens. Und da gucken wir jetzt, wie gesagt, wir gucken mit Google Maps immer so ein bisschen auch von oben, wo sind diese Riffe und suchen uns die. Und dann müssen die, wie gesagt, möglichst, also nicht so steil abfallen, sondern schön seicht reingehen. Und das sind jetzt die Ecken, die wir beangeln, dann Blinker, Hardbait, diese Stickpencil-Teile hier, diese Sandaale und so. Vielleicht auch mal eine Fliege mit einem Spiro. Fliegenrute habe ich leider nicht bei. Gucken wir mal. Fisch. Nein, ausgestiegen. Oh, das war ein guter, Alter. Scheiße, das war eine richtig schöne. Kling jetzt Fisch? Alter. Hey Leute, mir ist gerade einer ausgestiegen und genau nachdem meine weg ist, war sogar eine gute, sag ich dem jetzt schuld. Oh, ich krieg mich hier schon nicht raus. Komm her. Nein. Scheiß Kettcher. Petri. Wir schreien mal nicht zu laut, aber die Euphorie ist auf jeden Fall groß, Alter. Wir waren ein bisschen angepricht. Wir waren ein bisschen angepricht. Ich war ein Uferangler, alles voll mit Netzen und wir haben schon gesagt, ey, wir machen jetzt hier zehn Minuten, wenn dann kein Biss kommt weg. Aber Max hatte direkt einen Biss jetzt und im selben Wurf habe ich direkt einen raufgekriegt. Ah, schön. Und die Hände auch. Sehr schön. Ich glaube, die ist noch ein bisschen klein. Ja, wahrscheinlich. So, Haken ist direkt von alleine raus gewesen. Passt bei den kleinen Fischen wirklich auf, wie ihr die behandelt. Das ist echt wichtig. Ich sage euch auch gleich nochmal, wieso. Nasse Hände, nicht lange mit rumspielen. Schöner erster Fisch, Diggi. Petri. Danke. Die darf jetzt zurück. Tschüsseldorf. Geil. Ja, die war noch ein bisschen zu klein. Gerade für Gravet. Meerforelle, nicht Lachs. Ist sie halt einfach ein bisschen zu schlank. Ich glaube, die hat er auch nicht mal 45. Also von daher, nicht lange messen. Direkt Fisch wieder zurück, dann geht es dem besser. Und jetzt geht es weiter. Vielleicht kriegen wir noch eine bessere. Mal schauen. Ihr müsst ja bedenken, im Moment ist es so, dass die Meerforellen hardcore beackert werden, weil die Dorsche quasi weg sind. Also es gibt keine Dorschen mehr. Und alle Angler, die Angler insgesamt sind weniger geworden, hier auf der Insel, um Rügen rum und überhaupt an der Küste. Aber viele sind halt auf Mefo umgestiegen. Und deswegen ist es natürlich besonders wichtig, gerade bei den kleineren Fischen. Wir haben sehr viele kleine Fische im Moment da. Das ist sehr schön natürlich. Aber da ist es sehr, sehr wichtig, mit denen entsprechend umzugehen und die vernünftig zu behandeln, damit wir auch in den nächsten Jahren noch viele haben und es den Meerforellen nicht geht wie den Dorschen. Also erstens immer nasse Hände, zweitens keine Kiemgriffe, nicht lange mit den Fischen rumeiern. Gerade wenn ihr vom Ufer seid, legt die bloß nicht irgendwo auf den Strand oder am besten noch auf die Steine. Wenn ihr euch unsicher seid mit der Größe, macht euch ein Maß an die Route oder irgendwas, damit ihr sehen könnt, dass ihr es ungefähr wisst erst mal und abschätzen könnt. Und ja, macht einfach keinen Scheiß mit den Fischen. Drückt die nicht so auf den Bauch, quetscht die nicht irgendwie zusammen. Geht wirklich vorsichtig. Immer ganz mit viel Gefühl anfassen, denn es sind wirklich empfindliche Tiere. Und ja, wie gesagt, die Bestände dürfen wir jetzt nicht genauso platt machen wie die Dorsche. Wobei das jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass es die Angler waren, aber dennoch. Also immer mit Bedacht. Ihr wart doch letztens bei uns im DRV in der Geschäftsstelle und habt einen Podcast aufgenommen. Richtig. Ich habe mir heute Vormittag den auch angehört auf der Herfahrt. Das ist sehr gut. Da war es ja auch Thema, ne? Mit Dorsch. Dorsch, ja. Ja, Dorsch, leidiges Thema. Also die Begründungen sind vielfältig. Es gibt ein paar Theorien. Na klar, Überfischung ist auch immer ein Faktor, aber das Klima muss da eine große Rolle spielen. Aber auch die Angler darf man bei der Überfischung nicht vernachlässigen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, wir Angler sind nicht dran schuld. Die Angler, die maßlos mitgenommen haben, sind genauso dran schuld. Das ist ein Sammelsorium an... Karol hat einen Fisch, Alter, während wir hier am Quatschen sind. Alter. Wir sind hier drei Minuten an dem Spot, und da habe ich schon gedacht, wir fahren wieder weg. Ah ja, das ist ein schöner. Ja? Ich kann es noch nicht richtig erkennen. Ah ja, und da ist die nächste. Ja. Junge, ich komme überhaupt nicht zum Angeln. Ich will hier gerade Karols Forelle filmen. Da klebt schon die nächste drauf. Was ist denn hier los, Junge? Das ist eine kleine. Die dritte innerhalb von ein paar Minuten. Ich versuche die gleich mal im Wasser abzuhaken. Das ist nämlich wieder eine sehr kleine. Und nochmal gesprungen. Wie Max gerade schon sagte, schön beachtlich mit den Fischen umgehen. Die ist ja zu klein, die kommen gar nicht erst in den Kescher. Handschuhe ausziehen, Hände nass machen, ganz vorsichtig greifen. Und dann ist die auch gar nicht so wild, als wenn man jetzt so richtig zupacken würde. Und dann schnell den Haken lösen und zurück. Ach, die ist aber wild. Die ist aber wirklich wild. Aber leider wie die gesprungen ist, die hat richtig Gampf. Die ist auch gar nicht so klein. Die ist größer als die erste. Die könnte maßig sein. Also die nehmen wir jetzt nicht mit bei der Größe, aber... Schüsseldorf, ab und das Boot. Richtig geil, Nummer 2 schon. Alter, ich will auch mal angeln jetzt. Nummer 3, würde ich gerade sagen. Oh, Piscope. Ey, ganz ehrlich. Ja, Pisch. Ey, das ist doch nicht euer Ahn. Die GoPro läuft sogar noch. Die ist besser, da bräuchte ich jetzt mal den Kescher, glaube ich. Yeah, die ist maßig. Geil. Oh, da ist die nächste, Alter. Und die ist jetzt groß genug zum mitnehmen. Die hat maß. Die hat auch gut gestrampelt, ey. Alter, ich habe wirklich zwei Würfe gemacht. Ihr habt vier Fische gefangen in der Zeit. Petri. Ich sehe, jetzt hat die gerade schon in Nullkommanix hier betäubt einmal. Krieg gleich noch den Herzstich, damit sie dann wirklich auch tot ist. Ganz schön ramponiert, was? Wirklich ganz schön ramponiert. Vielleicht ist die hier so... Das war am Drill, glaube ich, eventuell. Oder die hat sich hier schon durch die Netze gekämpft, weil hinten die Flosse sieht auch so aus. Guck mal. Schwarzflosse ist auch ramponiert. Schicker Fisch. Genau richtig für die Küche. Und der wird es bei uns schön warm haben. Richtig. Obwohl, oder wird gravet. Dann hat das nicht warm. Lauwarm. Lauwarm. Zimmertemperatur. Also unfassbar. Innerhalb der wirklich ersten paar Würfe hat es hier so geknallt. Und ja, jetzt sind wir am Spot vorbeigetrieben. Jetzt werden wir nochmal zurückfahren und nochmal neu ansetzen. Und dann können die Leute ihre Fische selber filmen. Dann können wir so weit fahren. Oh ja. Geil. Oh ja. Steckt gut drin, was? Entweder hängt die komisch oder echt schön. Sieht vernünftig aus, ey. Oh ja. Schönes Ding. Alter. Die ist richtig geil. Alter. Krass. Ich bin bereit. Oh Gott. Nein, sie hängt außen. Nein, nein, nein. Alter Scheiße. Decker, nein. Das ist nicht wahr. Was soll ich machen? Die hat außen gehangen. Weil du nicht richtig gekechert hast. Ey, bei so einer Meerforelle ist mit Abstand die Größe, die wir jetzt hier gesehen haben in den letzten Tagen. Die war deutlich über 60. Wenn dir ein Zander an der Größe aussteigt, mein Gott. Aber bei einer Meerforelle? 60, 65 hat die locker. War viel größer als alle anderen jetzt die letzten Tage. Viel fetter. Scheiße. Sorry, aber. Aber das passiert. Die sind so wild. Ey, fuck. Bitte. Aber der nächste Fisch kommt, Max. Die Fische sind da. Die Meerforellen haben Bock. Ist das bitter. Es wird noch eine kommen. Verstehe ich. Ist das bitter. Oh, Fisch. Da ist sie doch. Gerade Springen sehen hingeworfen. Gerade den Fisch springen sehen. Hingeworfen. Und zack, hängt er. Geil. Ist nicht so ein Brett wie die erste. Aber ich glaube, sie ist auch okay. Ich glaube, es ist auch eine ganz gute. Jetzt aber. Geht doch, geht doch. Alter, hatte ich ein Pech mit den ersten beiden. Aber jetzt hängt sie. Jetzt hängt sie. Wunderschön. Glückwunsch. Danke. Das ist jetzt Fisch Nummero 5. Ist leider auch noch ein bisschen klein. Hat sich erst noch ein bisschen besser angefühlt. Aber, ja, schickes Tier. Und damit bin ich dann auch endlich entschneidert hier. Dralinski. Alter, da hat Karol den nächsten Fisch drauf. Junge, ist das geil hier. Oder? Mach. 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 So, das ist die nächste kleine im Netz. Oh, ja. Oh, ja. Alter, ein richtiges Brett. Alter, ein richtiges Brett. Alter, Clemens, jetzt hast du ein richtiges Brett drin. Das ist auch hier. Meine GoPro ist leider gerade aus. Sonst hätte er die Sprünge noch sehen können. Boah. Boah, der fällt sich ganz anders. Boah. Und? Das tut da ab. Alter, ist die Route krumm. Geh ans Ende vom Boot. Geh ans Ende vom Boot. Ja, gib mir die Route rüber. Gib mir die Route rüber. Ich habe sie gerade schon da vorne blitzen sehen. Junge, ist die Route krumm. Richtiger Halbkreis. Alter. Boah, ist das ein Brett. Die ist noch größer als meine. Nein, die ist viel größer. Alter. Ein Lachs, Junge. Clemens hat ein Lachs drauf. Junge. Alter Schwede. Da kommt sie, ich sehe sie. Boah, ist das ein Brett. Weg, 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 weg. Das ist eine Mepo. Weg, weg, weg. Das ist ein Mepo. Das war ein Witz mit dem Lachs. Ach so? Junge. Da kommt sie. Oh. Jetzt ist sie durch. Jetzt ist sie ran. Yes. Ja, geil. Yes, Alter. Alter, Alter, Alter. Was ist das? Alter. Das ist ein Lachs. Das ist ein Lachs. Alter, ist das ein Brett. So eine Mepo gibt es gar nicht. Junge. Ey. Boah. Alter. Boah. So was von meinem Pb. Ich bin fassungslos. Digga. Alter. Ey, meine Hand jetzt zittern. Wie lang ging der Drill jetzt? Die hat ja einfach nicht aufgehört. Jetzt waren sie platt. Jetzt war sie platt. Jetzt konnten wir sie drillen. Vorher wäre das so riskant gewesen, auch die zu cashern und so. Ey, das wäre tragisch gewesen, wenn die jetzt abginge. Ja, ein bisschen auspowern, ne? So, Clemens hat den Fisch gerade schon mal betäubt? Ja, das ist wichtig. Gerade bei so einem Fischen, die man dann auch mitnehmen möchte, vorm Fototermin oder jetzt im Dreh. Auf jeden Fall erstmal den Fisch erlösen. Der ist betäubt, gleich wird er abgestochen. Was für ein geiler Fisch. Krass, ey. Zieht euch diese Mefo rein. Guck mal, der hat ja auch vorne so einen leichten Haken. Ja. Absolut schön. Ist kein Lachs. Auf jeden Fall. Ne, ich mache jetzt einen Chiemgriff, weil wir haben sie abgeschlagen und nehmen wir mit. Sonst niemals an die Kiemen greifen bei solchen Fischen. Unglaublich. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Ich bin einfach nur happy. Petri. Danke. So, wir haben sie jetzt einmal kurz angelegt. 70 hat sie nicht ganz, aber 69. Genau. Damit ein absoluter Hammerfisch. Krass. Ich bin einfach nur glücklich. Dann kann ich meine noch ein bisschen mehr einschätzen, dann wird meine doch nicht ganz so groß gewesen sein, wie ich erst dachte. Wird wahrscheinlich so 60 gehabt haben, Anfang 60. Ja, wahrscheinlich. So, ab in den Kescher, ausbluten lassen. Was ein Traumtag, ey. Ja. Unfassbar. Was für ein krankes Angeln heute. Es war jetzt Fisch Nummer 8 im Boot oder was? Ja, ich glaube, es war Fisch Nummer 8 jetzt im Boot. Ich nehme mich mal ein bisschen zurück und lasse euch machen. Und filmen dabei. Ey, wirklich, wir angeln noch nicht lange. Es ist jetzt 10 Uhr. 11 Uhr ist es jetzt. 11 Uhr. Und wir haben schon so krank gefangen. Wenn meine noch rausgekommen wäre, wenn wir die nicht verkeschert hätten, überlegt mal, was das. Dann hätten wir jetzt drei so eine geilen Fische. Drei verschiedene Größen. Eine so ein Stück über Maß, eine richtig schöne und eine richtig krasse. Wenn man überlegt, ja. Das wären zwei Bbis gewesen. Ja. Um die Fische zusammenzukriegen, die wir jetzt hier gefangen haben, normalerweise musst du dafür 10 Ausfahrten machen. Ja. Wirklich. Zumindest 10 Gänge vom Rufa. Ja, wir, klar. Die Locals, die haben es natürlich drauf. Aber wir haben jetzt einfach eine Stelle gefunden, wo mehrere Fische sind. Wir wollten den Platz eigentlich schon verlassen wegen den kleinen Fischen. Ja. Aber wir hatten ja die große auch schon drauf vorher. Ja, eigentlich, ne. Das ist natürlich die Frage, was man macht. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen. Ja. Ein paar Minuten bleiben wir noch. Ich werde jetzt auch nochmal angeln. Ich habe jetzt auch nochmal auf den Köder umgestellt, der Erfolgsköder war. Denn mit den Hardbaits leider komme ich nicht auf die Distanz. Die kommen doch immer alle relativ weit weg. Wir können auch nicht zu nah ranfahren, weil ja auch Steine im Wasser sind und so. Und auch teilweise richtige Brocken. Und deswegen komme ich leider mit dem Hardbait nicht auf die Distanz. Ich bräuchte, ich hätte so gerne diesen Laydown Minnow Regular, heißt der, glaube ich. Der normale. Der ist jetzt gerade bei Camo wieder reingekommen, aber ich habe ihn leider noch nicht bekommen. Ich würde eigentlich gerne mit Hardbait fischen, aber ich mache jetzt doch Blinker. Aber du hast doch, als wir vor zwei Tagen hier gefischt haben, hast du doch auch eine Forelle gefangen mit Hardbait, mehrere Bisse gehabt. Aber da hatten wir auch insgesamt viel mehr Fehlbisse. Da kamen auf den Laydown Minnow extrem viele Bisse, deswegen würde ich die da gerne fischen. Aber ich komme halt nicht so richtig in die Bereiche scheinbar, wo die Fische stehen. Und deswegen, wie gesagt, jetzt erstmal Blinker. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen gesammelt. Also es war echt Aufregung pur. Da kannst du jegliche andere Fische fangen bei uns in der Größe. Aber die machen einfach nicht so einen Radau. Die ist ja hin und her geschossen. Ich bin dreimal ums Boot rumgetänzelt, um den Fisch irgendwie gut zu drillen. Und wir immer hinterher, genau. Und ich meine, das hat sich ja bezahlt gemacht. Der blieb hängen, der saß auch super. Also wir haben alles richtig gemacht. Und zack, hängt auch schon der nächste Fisch. Jetzt kommt sie. Da kommt sie. Oh, die sieht gut aus. Ey, ist das hässlich. Oh nein. Ja. Aber das ist definitiv jetzt mein PB. Ja, ist definitiv mein PB. Ich habe hier bis jetzt nur eine gefangen und die war so, dass ich die gerade so halten konnte. Aber ich habe trotzdem ein Bild gemacht. Da ist sie. Die kleine. Schön. Schön, schön zu essen. Wie gesagt. Macht eine Frequenz. Ja, Mann. Macht mega Bock. Verrückt. Sehr cool. Petri. Danke. Wir haben es jetzt wirklich gerade mal, es ist kurz vor zwölf, ja. Wir haben jetzt elf Fische im Boot. Und es juckt mich gar nicht. Also was heißt, es juckt mich nicht? Jetzt werde ich auch mal wieder ein bisschen die Kamera wegpacken und mehr angeln. Aber es ist einfach so geil beim Meerforellenangeln überhaupt Fische zu fangen. Und so eine krasse Angelei wie heute hat man echt selten. Und da filme ich auch gerne die ganze Zeit und mache hier ein schönes Video. Und also über Clemens Fisch hätte ich mich wahrscheinlich selber kaum mehr freuen können. Das war, ja, es ist einfach nur unfassbar, wenn es mal so läuft. Und das Einzige, was mich richtig traurig macht, ist, dass ich nicht noch einen Tag länger bleiben kann. Ich würde so gerne morgen einfach nochmal rausfahren. Aber, ja, daraus wird wohl leider nichts. Oh, ich hatte auch Biss. Da hängt wieder eine bei Clemens. Und sie springt. Und da ist sie. So, schön vorsichtig greifen. So, Reisegruppe, Meerforenter, alle da? Eins. Zwei. Irgendjemand muss drei sein. Du vielleicht? Ich habe eins gesagt. Ach so, ja, zwei, habe ich auch gesagt. Na gut, dann ist Clemens jetzt drei. Wir wechseln jetzt den Spot, denn ich glaube, den haben wir wirklich richtig ausgeangelt hier. Fahren nochmal ein ganzes Stück und versuchen das, was wir jetzt vorhin gesagt haben, nämlich so eine Kante zu finden von klarem, zu trübem Wasser. Und, ja, jetzt fahren wir komplett in neue Gebiete. Da hat noch nie einer von uns geangelt. Aber wir fahren jetzt woanders hin. Denn das ist jetzt so einfach. Das kann ja jeder. Außerdem haben die Forellen auch keinen Bock mehr, glaube ich. Ja, ich denke auch. Also langsam, ist Feierabend. Schaut euch das Wasser an, Leute. Wie glasklar das ist. Also hier ist auf jeden Fall noch nicht die Stelle, wo sich irgendwelches trübes Wasser mit klarem Wasser mischt. Wir haben hier sechs Meter Tiefe. Man sieht alles. Wir haben vorhin gesehen, auf zehn Meter hast du alles gesehen. Also es ist wirklich brutal. Aber hier vorne? Guck mal, da sitzt der Kormoran. Der Kormoran, unser Freund. Naja, manchem Freund, manchem Feind. Aber es ist immer ein gutes Zeichen, dass sich da ein bisschen Futter aufhält. Ali hat gesagt, wir sollten nicht versuchen, den Kormoran platt zu machen, sondern einfach nur die Fische zu schützen. Wir dürfen nicht den Kormoran hassen, sondern die Fische lieben. Ja, aber ey, das ist einfach so herrlich, dieses Wasser. Es ist einfach nur wunderschön. Dann die Küste hier. Guckt euch das an. Richtig, richtig geil. Okay, wenn jetzt hier noch Fische sind, in der Kulisse. Tja, Leute, leider ging hier gar nichts. Es ist wirklich unfassbar schön. Also der Hintergrund, dieses Wasser, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie krank das Wasser aussieht. Aber, ja, es ist, wie gesagt, einfach nur unfassbar schön. Und deswegen bleiben wir jetzt hier mal kurz stehen, machen unsere Mittagspause und werden dann noch mal weiter nach Spots suchen. Ich habe für die Mittagspause mir ein neues Y-Food mitgebracht. Eine neue Y-Food Terrine. Das Instant Complete Meal von Y-Food, und zwar Cheesy Pasta. Das ist jetzt eine neue Sorte. Und die werde ich mir jetzt schnell heiß machen hier. Mit ein bisschen heißem Wasser. Habe ich heute Morgen einfach in unserer Unterkunft, das ist die Maxi-Flasche, hat mir Y-Food extra draufgeschrieben. Wie Mama früher in der Schule die Trinkflasche markiert hat, habe ich hier auch meine eigene markierte. Guck mal da. Dampft das Wasser noch? Ne, dampft nicht. Doch, es dampft aber man sieht es wegen des Windes nicht. Ja, da kippe ich da einfach schnell rein. Rühre das um bis zur Fülllinie. Da sind sogar richtige Nudeln drin. Und ist aber halt viel gesünder als so ein Standard-5-Minuten-Terrine oder irgendwas. Mit guten Nährstoffen. Das riecht auch schon geil. Ich habe die neulich schon mit Yoshi einmal gemacht. Und das ist echt eine coole Sache. Das habe ich die letzten Male jetzt gerade im Winter fast immer beim Angeln auf dem Boot dabei gehabt. Weil du halt wirklich was Warmes dann essen kannst, was gesund ist und schnell geht. Wo es alle Nährstoffe hat, die du brauchst. Und es schmeckt halt auch noch wirklich ganz geil. Also dieses Cheesy Pasta hier. Das ist glaube ich bis jetzt meine Lieblingssorte. Also White Food auf jeden Fall abchecken. Wie gesagt, diese Instinct Complete Meals im Winter richtig geil. Sonst die Riegel, Drinks. Ihr wisst es ja mittlerweile selber. Also wer Fan von so ganz einfachen Sachen ist, die du dir super schnell machen kannst auf dem Boot und dann vor allem was Warmes jetzt auch bei den Temperaturen im Bauch hast. That is it. Neue Stelle, neue Welle. Mittagspause beendet oder was? Ja, ja. Wir sind jetzt hier mal kurz rüber gehackt. Und gucken uns hier mal einen neuen Bereich an. Aber das schon mehrmals angesprochene, trübe Wasser lässt sich einfach nicht finden. Das Wasser ist überall, wo wir hinkommen, glasklar. Es ist kein bisschen nicht mal leicht angetrübt. Also es ist wirklich einfach glasklar. Eigentlich haben wir gedacht, durch die Kreidefelsen sammelt sich hier ein bisschen Segment an. Aber vor allem durch den Wind in den letzten Tagen, der hier lang gepfiffen ist. Ja klar, in Kombination. Ja, ja. Der ist hier voll rüber geprescht. Also hättest du gar nicht angeln können, die letzten Tage. Wobei es ist so ein ganz kleines bisschen drüber vielleicht als da vorne. Ganz, ganz bisschen. Aber vorne am Kap, da war es ja wirklich. Also das konntest du komplett vergessen bei dem klaren Wasser da. Aber auch kein Mix im Wasser einfach. Naja. Mal sehen, was wird. Boah, warum war meine Kamera aus? War das ein geiler Biss? Genau vor den Füßen voll rauf gehämmert. Boah, schade. Da ist sie. Geil. Da ist sie. Oh, toll. Die Schägelforelle. Ja, klappt auch hier an anderen Spots, ne? Geil. Ja. Cool. Und endlich kann ich mal wieder mit. Clemens hat die Kamera in der Hand. Ja, das war auch gerade so ein geiler Biss. Schade, das war den nicht auf der GoPro hatten. Das war cool. Und wie die dann direkt danach gesprungen ist. Und einen Nachläufer davor. Und genau davor noch einen Nachläufer gehabt. Ja, die kommt jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Denn Fisch im Tank haben wir genug. Fisch. Nein, da war sie. Siehst du noch an der Oberfläche? Ja. Den Schwall. Oh. Da haben wir sie wieder durch. Fuck. Ja. Ja. Ach, geil. Was ist sie doch? Oh, das ist eine gute. Das ist eine gute. Das ist eine gute. Hinter dir. Sehr schön. Danke, Karin. Ja, gerne. Cooler Fisch. Geil. Naja, die ist doch schon wieder ganz okay. Also, die nächste, Alter. Fass ich nicht. Karin hat eine drauf. Genau an der gleichen Stelle. Ja, die sind hier an der Kante. Genau da, wo ich auch den Fisch vorher hatte. Die kühlt sich auch extrem. Was ist mit der? Ich die quer. So, ist die nächste Kleine. Kleine, Kleine, Kleine. So, Karin hat hier eine kleine vorne schön im Maulwinkel gehackt, sodass wir die hoffentlich gar nicht anfassen müssen. Ja. Ja. So. Und direkt im Wasser. Zack. Das ist sie schon. Dankeschön. Das war Nummer eins. Und hier ist die nächste. Das ist die nächste. Ja, echt. Die von Clemens wird auch wieder knapp Maß haben, ne? Ja, doch. Die wird auf jeden Fall Maß haben. Aber vielleicht kriegen wir noch eine größere. Ja, gucken wir mal. Wow. Schöner Fisch. Cool, ey. Katsch. So, und hier kann man mal ganz schön sehen, was die ach so schützenswerten Kormorane, wenn sie in großen Stückzahlen auftreten, dann hinterlassen. Sieht fast aus, als hätte sie geschneit, aber das ist alles Kormoranscheiße. Hier alles voll, Bäume alle voll. Sieht man auf der Kamera gar nicht so gut, wie man es hier in Wirklichkeit sieht. Aber es ist einfach alles weiß, das ist alles Kormorankacke, dieses ganze weiße Zeug. Da hinten auch alles voll, Bäume genauso. Hier drüben genau das Gleiche. Da haben sich irgendwie so ein paar Bäume ausgeguckt und hier wird so eine richtig große Kolonie gesessen haben. Ja, und das war alles mal Fisch, was da jetzt so schön weiß auf den Stein klebt. Lauf, Fang, Lauf. Die machen dann auch immer so Geräusche. Deswegen sind da auch die Fähnchen, hier ist Marathon im Moment. Das ist Tanglauf. Das ist der Tanglaufmarathon. Oh, das muss ins Video. Das muss ins Video. Sehr gut. Dafür ist doch so eine GoPro herrlich, dass die einfach immer mitläuft die ganze Zeit und dann auch so eine Scheiße aufzeichnet. Der Tanglaufmarathon ist hier gerade abgesteckt mit den Fähnchen. Ganz schnell laufen sie hier lang. Flitzen, flitzen die kleinen Tangläufer. Manche reiten auch. Ja, also wir sind gerade auf die Tangläufer und auf den Marathon hier gekommen. Auf den Rügen Tanglauf. Dadurch, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt noch mal gerne was anderes probieren. Und zwar, wenn der Karol ruf, muss der echt richtig in Deckung gehen. Dass ich jetzt noch mal ein Spiro ran mache einfach. Weil wir hatten jetzt zwar immer viele Kontakte auf die Köder, mit denen wir fischen. Aber vielleicht, also das ist das, was die gerade fressen, diese kleine Scheiße, diese Tangläufer und so. Und deswegen, eigentlich muss man sowas zumindest mal probiert haben. Wir haben jetzt noch knappe zwei, anderthalb, zwei Stunden so. Es wird auch irgendwie sehr doll schnell dunkel. Es ist so krass bedeckt jetzt. Es ist sehr zugezogen noch. Also es war schon den ganzen Tag bedeckt, aber jetzt wird es richtig doll. Ja, aber ich probiere es jetzt noch mal und mache mir so ein Ding ran. So, also hier hängt jetzt mein Spiro. Für die, die es nicht wissen, das ist einfach so ein langsam sinkendes. Es gibt es in verschiedenen Sinkstärken oder auch schwimmt. Also ein Wurfgewicht im Prinzip. Und das läuft jetzt hier auf meiner Schnur. Da ist noch eine kleine Kerle davor, die den Knoten schützt. Dann ist hier ein Wirbel. Dann haben wir ein 26er Vorfach. Und hier hinten diesen, komm her, kleinen, ja, muss man sagen, ist ein Tangläufer. Diese kleine Fliege jetzt montiert. Hier seht ihr mal, was ich so mit habe. Das ist die Mefu-Fliegenbox. Die grelleren Sachen kommen dann eigentlich meist eher, oh, Karol hat einen Hänger. Ich dachte schon, Fisch. Die grelleren Sachen kommen dann meistens eher so später im Jahr. Beziehungsweise bei trüberem Wasser. Ist so die ehrenlose Art, Fliegen zu fischen. Aber für Leute, die halt entweder nicht fliegen fischen können oder nicht wollen, oder die halt weiter raus müssen. Es ist einfach so. Ja, geil. Es springt auch schon wieder wie eine Irre. Da hat er sie. Da hat er sie. Auf dem Spiro, schön. Na, hoffentlich nicht auf dem Spiro, sondern auf die Fliege, aber dann ist er gleich wieder weg. Jetzt wirst du überheblich, wa, du kleiner Klugscheißer? Hast du hier mal wieder einen Fisch drauf? Ich habe eben schon einen auf dem Spiro, wollte ich ja sagen. Wo kommt der denn jetzt? Hier vorne. Ui. Oh, Karol. Keine Cabriolen, Karol, bitte. Keine Cabriolen. Ja, was kann. Da habe ich kurz Angst gekriegt, ja. Geil, hat funktioniert der Plan. Eben hatte ich, wie gesagt, auch schon eine drauf. Die ist leider auch dann im Sprung ausgestiegen. Aber, ja, hat zumindest schon mal funktioniert. Waren jetzt die einzigen Büsse, die wir hatten seit... Und jetzt gerade eben habe ich, ich meinte noch zu den anderen beiden, als die erste verloren gegangen ist, ich weiß überhaupt nicht, wie ich den Köder gerade geführt habe in dem Moment. Ich glaube aber, ich habe fast gar nichts gemacht. Habe einfach absinken lassen. Und die kam gerade voll in der Stillstandsphase. Ich habe nichts gemacht. Spiro ist runtergesackt. Und dabei kamen die auf jeden Fall. Ja, da hat der Tangläufer jetzt echt noch eine Forelle gebracht, ja. Keine Riese. Aber wenigstens mal wieder einen Fisch. Genau. Da lassen die Blinker nämlich jetzt gar keine Büsse mehr kassiert haben. Da hängt er. Ach geil, cool. Der Köder. Das ist natürlich auch ein Vorteil an denen. Die sind extrem leicht zu lösen. Verursachen quasi wirklich gar keinen Schaden am Maul. Ups, das kriegen schnell, ja. Im Vergleich zu so einem fetten Blinker mit Drilling. Gerade Maß haben wahrscheinlich die Kleinen, ne. Auf jeden Fall nicht mit unserem Maß, aber das ist... Die ist echt noch zu klein. Geltende Mindestmaß. Richtig. Schöner Fisch. Jo. Vor allen Dingen ist er sehr wertvoll, ne. Auf dem neuen Köder. Ja, das ist wirklich geil. Vielleicht kommt er zwei Kontakte, der er schon gehabt hat in der kurzen Zeit. Und jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ja. Tja, auch wenn es schön ist, muss man aufhören. Wir packen jetzt hier ein bisschen kurz die Sachen zusammen noch im Boot und dann fahren wir rein. Video ist natürlich noch nicht vorbei, denn ihr wollt ja noch sehen, wie wunderschön dieser Fisch zubereitet wird. Wir sehen uns gleich noch mal ganz kurz am Ufer, wenn wir raus sind hier. Da steht's. Das schöne Gefährt. Raus aus dem Wasser, is er. Jo. Also das war mal richtig geil, würde ich sagen, oder? Grandios. Bester Meerforellentag ever. Ja. Hätte noch ein geiles Stück geiler sein können. Nein. Wenn die Abziger gekommen wäre. Äh, passiert halt. Man verkeschert halt mal ein Fisch, kommt vor. Ist halt schade immer, wenn es so eine Mie... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch kein PB wegen Verkeschern verloren bisher. Das heißt, es wäre mein erster jetzt heute dann. Und viele Leute, glaube ich, haben da schon. Aber ich sag mal so, kein Angeln-Maximal-Video ohne Drama. Von daher... Es gab Höhen und Tiefen. Auf jeden Fall. Das gab's. Und jetzt müssen wir noch ein ganzes Stück nach Hause fahren. Und dann werde ich heute wahrscheinlich auch noch die Mefos zerstückeln müssen. Und auseinander nehmen. Und da sind die beiden Flitzbüten dann nicht mehr dabei. Aber werde ich euch natürlich noch zeigen. Denn wir haben ja noch was richtig, richtig Geiles mit dem Fisch vor. Mit dem großen. Und ja. Das wird herrlich. Aber ich komme mir den dann morgen ab. Musste mich zubereiten. Das mache ich dann zu Hause. Ist okay. Danke, dass ihr beide dabei wart. Gerne. Und dann bis zur nächsten Folge. So Leute. Seit wir von der Slip uns verabschiedet haben, sind ein paar Tage vergangen. Ich habe am selben Abend noch den großen Fisch filetiert. Einen zweiten von den kleineren Fischen filetiert. Und dann noch zwei ausgenommen. Ich habe die vier Fische alle bei mir im Boot mitgenommen. Clemens kann sich jetzt noch zwei abholen. Und finde ich ist bei einem Tag mit 15 Fischen schon in Ordnung, dass man da vier Stück mitnimmt, zu dritt. Und den werden wir jetzt zubereiten hier. Der ist wie gesagt schon filetiert von mir. Das ist der große. Und der wird Gravit gemacht. Und Gravit bedeutet, er wird gebeizt. Das heißt, wir garen den nicht mit Hitze, sondern mit einer Beize aus Salz, Zucker, Zitrone, kommt noch ein bisschen Wacholder rein, Pfeffer und vor allem sehr, sehr viel Dill, wie ihr hier schon sehen könnt. Ich habe mir auch überlegt, dass ich ja zwei Seiten von dem Fisch habe. Das heißt, ich werde beide Seiten ein bisschen unterschiedlich machen. Hier hinter mir liegt noch die andere Seite. Die werde ich mal komplett ohne alles machen. Das heißt, da kommt wirklich nur Salz, Zucker und Zitrone rauf. Kein Pfeffer, kein... Ach nee, Dill, tut mir leid, Dill natürlich auch. Aber kein Pfeffer und kein Wacholder, weil ich mal wissen will, die einen sagen, ja, mach Pfeffer und Wacholder mit rein. Die anderen sagen, pack sogar noch ein paar andere Sachen mit rein. Man kann den noch mit Aquavit abreiben, dann wird es noch nordischer, ja. Und ich will aber mal den Unterschied sehen, ob den Wacholder und Pfeffer wirklich viel ausmachen oder ob es sowieso nur nach Dill schmeckt, beziehungsweise Salz, Zucker und dann nach der Soße, die wir dann auch noch machen. Aber der war jetzt erstmal auch noch eingefroren zwischendurch, musste wieder auftauen. Das heißt, wir haben, wie gesagt, filetiert, zwei Tage eingefroren, dann einen Tag im Kühlschrank langsam auftauen lassen. Gestern Morgen habe ich ihn reingepackt, heute Morgen habe ich ihn rausgenommen. Und jetzt muss er nochmal zwei Tage im Kühlschrank dann liegen. Und wie wir das jetzt machen, zeige ich euch. Als erstes ganz wichtig, der Fisch ist an sich vernünftig filetiert. Ja gut, er hätte noch schöner filetiert sein können, hätte ich ihn nicht nachts um eins filetiert. Aber an sich ist er super filetiert so. Und ihr habt aber hier in der Mitte, wenn ihr hier so rüberfahrt, in die eine Richtung merkt ihr nichts, beziehungsweise nur ganz leicht. In die andere Richtung, gegen die Gräte, merkt ihr aber, ne, hier sind immer noch in der Mitte Gräten drin. Ich habe die eigentlich alle schon gezupft, allerdings habe ich mal zwei drin gelassen, um euch das Ganze nochmal zu zeigen. Ihr habt hier jetzt zwei Gräten mittig noch drin. Die sind auch richtig schön groß und fest. Das heißt, die packt ihr hier einfach und zupft sie noch raus. Nummer eins. Und hier ist Nummer zwei. Die ich drin gelassen habe, ups, am besten mit dem Finger immer noch so das Fleisch stürzen, damit ihr da nichts rausreißt. Dann haben wir die Gräten auch raus. Und ja, und könnt es dann so schön grätenfrei verarbeiten. Theoretisch könntet ihr das jetzt auch wirklich roh so essen schon, denn der war ja einmal eingefroren. Und das ist der Grund, warum man es einmal macht, dass der, wie gesagt, einmal durchfriert, damit alles, was da irgendwie theoretisch dran sein könnte, abstirbt. Muss man aber auch nicht unbedingt machen. Man könnte auch theoretisch direkt beizen. Und ihr könnt es natürlich auch mit anderen Fischen machen. Das heißt, normalerweise natürlich mit Lachs sowieso. Der ist schwieriger zu kriegen jetzt als eine Meerforelle. Aber für die Leute, die nicht an der Küste sind, auch mit einer Bachforelle, mit einer großen oder auch mit einer Regenbogenforelle, beziehungsweise einer Lachsforelle aus dem Teich. Geht das. Aber so eine Mefo, eine Wilde, ist natürlich das Geilste, was man machen kann. Für unsere Beize brauchen wir jetzt ein Teil Salz, zwei Teile Zucker. Das heißt, wir haben hier 100 Gramm Salz, zack, 200 Gramm Zucker, zack, etwas Wacholder. Machen wir nicht alles rein, denn Wacholder ist natürlich kräftig und bringt sehr, sehr viel Power da rein. Und schön frischen Pfeffer. Ihr müsst bedenken, dass das jetzt da zwar reinzieht, der Geschmack da rein geht, aber eigentlich die Gewürze quasi nicht wirklich in den Fisch reinkommen, denn ihr macht das am Ende alles wieder weg. Das heißt, die Beize kommt vom Fisch wieder runter. Es geht wirklich nur darum, die Power aus diesen Gewürzen in den Fisch rein zu bekommen. Und deswegen hat man halt auch so eine Unmengen an Zucker und Salz, beziehungsweise die hat man natürlich auch, um die Feuchtigkeit zu entziehen. Aber ja, Dill wird geschnitten, nicht gehackt. Wie gesagt, raue Mengen mit Stiel. Das ist jetzt hier zwar für beide Seiten, also ganz so viel kommt nicht auf die eine Seite. Aber, oh, das riecht geil, ey. Unglaublich. Dill ist auch so was Geiles. Eins der besten Kräuter überhaupt zum Fisch machen. So, jetzt kommt die Hälfte. Die andere brauchen wir ja noch für die andere Seite von der Meerforelle. Die Hälfte hier rein. Dann, etwas Zitronenabrieb werden wir bei der anderen Seite dann auch weglassen. Das heißt, wir wollen ja wirklich mal die einfache, abgespeckte Variante gegen die mit etwas mehr Ingredients antreten lassen. Ich mache jetzt hier aber auch nicht zu viel rein. Das ist natürlich auch mal kräftig, ne. Dann mixen wir das einmal alles schön durch hier, die Beize. Oh, dieser Duft. Jetzt noch mit der Zitrone und dem Dill. Alter Schwede. Dann brauchen wir natürlich auch noch den Saft aus unserer Zitrone, der jetzt hier auf den Fisch kommt. Ah, er hat es geschafft. Zack. So, da erinnert sich jetzt auch gleich schon die Farbe dadurch. Ist dann wie bei Ceviche eine Zitrone, also die Säure aus der Zitrone gart ja Fisch auch. Und jetzt wird es magisch, denn jetzt kommt das Ganze in den Vakuumierbeutel. Und Leute, es gibt kaum etwas, was ich mehr liebe als Vakuumierbeutel. So, wir füllen jetzt hier die Beize. Ich habe es bisher, muss ich ehrlich zugeben, man muss nicht unbedingt einen Vakuumierbeutel nehmen, beziehungsweise man muss es nicht unbedingt vakuumieren. Man kann es auch in zum Beispiel Frischhaltefolie einpacken und dann einfach irgendein Gewicht draufpacken, damit es richtig zusammengepresst wird, das Ganze dann irgendwo, ja, am besten in einen Gefrierbeutel oder irgendwo drin verpacken, wo die ganze Soße da nicht rausläuft, denn da kommt ja jetzt sehr viel Wasser aus dem Fisch. Und jetzt, wie gesagt, ist es für mich das erste Mal auch mit einem Vakuumierbeutel. Und ich muss erst mal gucken, wie ich dieses Bett für den Fisch, wo man dann draufkommt, hier reinkriege. Aber ja, so, wird jetzt schon funktionieren. So, dann packen wir jetzt das eine Teil rein. Ich habe gerade festgestellt, ich habe sogar ein bisschen wenig Beize eigentlich gemacht. Für die andere Hälfte vom Fisch werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr nehmen. Ist halt ein ganz schöner Klopper, den Clemens da rausgezimmert hat. Jetzt haben wir das hier alles drin. Gucken wir nochmal von der anderen Seite, dass hier auch alles wirklich schön bedeckt wird. Ah, sieht das herrlich aus, oder? Ich habe jetzt oben nochmal ein bisschen extra Zucker und Salzmischung draufgehauen. Aber Hauptsache, unten ist richtig schön viel Dill. Oben fehlt jetzt da ein bisschen was, aber wie gesagt, scheißegal. Der Geschmack kommt eh hauptsächlich von hier unten da rein. Und jetzt wird das Ganze schön einvakuumiert. Fetsch. Oben schön abgeschlossen. Und das Paket, oh, ist richtig, richtig fest. Ich sage ja, es gibt kaum was, was ich geiler finde als vakuumiergeräte und vakuumierte Sachen. So, und das kommt jetzt so, wie es ist hier, zwei Tage in den Kühlschrank. Und mit der anderen Seite machen wir natürlich genau das Gleiche. Wie gesagt, da lassen wir ein bisschen was weg. Wacholder lassen wir weg. Zitroneabrieb, also Zitroneabrieb lassen wir weg. Und Pfeffer lassen wir weg. Mal gucken, was dann am Ende geiler ist. Aber wie gesagt, wiedersehen wir uns dann erst in zwei Tagen, wenn das hier richtig schön durchgezogen ist. So, Leute. Was ich hier in der Hand halte, ist das Ergebnis von drei Tagen einlegen. Und ihr seht, wie unfassbar viel Flüssigkeit hier drin ist. Das ist alles Wasser, was aus dem Fisch rausgesogen wurde. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und jetzt habe ich hier natürlich schon mal ein Paket aufgemacht. Da haben wir es. Und das ist unser Ergebnis nach, wie gesagt, drei Tagen, wenn man es auspackt. Ich werde den Fisch jetzt hier gleich schon mal von den restlichen Gewürzen und so weiter befreien. Und mache jetzt hier noch eine kleine Soße. Und das ist aus der anderen Tüte, ja, der Sud. Da ist natürlich richtig Power drin. Das heißt, wir haben da Salz, Zucker, Zitrone, Wacholder, Dill und den Saft vom Fisch. Der ist jetzt hier drin. Wir machen, wie gesagt, eine kleine Honig-Senf-Soße. Da brauchen wir eigentlich wirklich gar nicht viel zu. Ich nehme mal, wir haben sechs Esslöffel Honig. Fünf, so. Sechs Esslöffel Honig. Dann nehmen wir uns einen Teelöffel. Machen dazu drei Teelöffel körnigen Senf. Eins, zwei. So, können schon ordentliche Teelöffel sein. Drei. Zack. Dann, damit das Ganze nicht zu dick wird, ein bisschen von unserem Sud aber. Da passen wir auf, dass wir nicht die Wacholder, Beeren und so mit reinkippen. Ein bisschen Dill kann natürlich auch mitkommen. Kein Problem. So, dann mixen wir das hier schon mal so ein bisschen durch. Den Sud können wir, wie gesagt, die Konsistenz dann auch selber bestimmen. Dass dickflüssiger ist oder ein bisschen weniger. Aber die ist eigentlich schon optimal, würde ich sagen. Das ist eigentlich perfekt schöne Soße draus geworden. Dann kommt noch ein wenig von unserem frischen Dill dazu. Dann werden wir mal kurz abschmecken. Perfekt. Braucht nichts mehr dran verändern zu werden. Schöne Schafe vom Senf. Süß, der Dill ist richtig geil. Und wie gesagt, diese Kraft auch aus dem Fisch. Jetzt heißt es nur noch Fisch aufschneiden und anrichten. So, das erste Stück hier habe ich mal weggeschnitten. Das ist nämlich immer sehr hart und sehr salzig. Und dann müsst ihr hier richtig schön dünn versuchen, mit einem scharfen Messer das so runterzuschneiden. Und da hilft euch natürlich jetzt, dass die Haut noch dran ist. Weil so, könnt ihr bis auf die Haut runter. Und dann habt ihr hier so eine Scheibe. Ups. Wie gesagt, es wird dann auch mit einem... Weiteren schneiden immer einfacher. Wenn ihr weiter nach hinten kommt. Zack. Und da ist eine wunderschöne Scheibe Gravit Meerforelle. Guckt euch das an. Ein richtig schön präpariertes, schon mal vorbereitet. Ja, mehr braucht man einfach wirklich nicht dazu. Ein Brot, ein bisschen schöne Bio-Fassbutter obendrauf. Dann unseren Lachs, will ich immer sagen. Unsere Meerforelle. Und was von der Honig-Senf-Soße-Meerrettich passt auch noch gut dazu. Ein schöner Aquavit, no placement. Aber auch, kennt dein Limit. Hier, so. Passt aber einfach sehr gut dazu. Und jetzt der erste Bissen hier. Oh, das schmeckt. Alter Schwede. Ist das lecker. Leute. Safe call. Mein bestes Kitchen Hook bis jetzt. Boah, ist das lecker. Boah, war das eine geile Folge. Besser geht's nicht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier aus diesem Video. Danke an alle, die dabei waren. Jetzt gibt's noch ein kleines Aquavitchen hinterher. Und dann wird dieser ganze wundervolle Lachs, die Meerforelle, vertilgt. Cheers, auf euch. Auf euch. Einen angst. Cheers, auf euch.